hallo ihr leute willkommen zu einer video auf meinem kanal bei euren guten gif games ja ich bin ein wenig minecraft muss ja auch mal wieder sein die gute alte jugend heutzutage auf dem größten city build server deutschlands und ich wollte mich mal kurz mal ungefähr fünf minuten mit euch mal unterhalten also ja also erstmal zum game server der game server der ist seit drei vier wochen schon online also die game server läuft soweit gut soweit ich weiß läuft auch gut natürlich ich bin auch drauf immer jeden tag das habt ihr jetzt mal nicht gesehen ich denke mal das hat wirklich keiner gesehen das war schon backern natürlich ich habe jetzt mal ein video mache ich nenne auch diesen video titel keinen plan ich mache ähm ich habe eigentlich nur ein video heute darauf irgendwann ich habe gesehen dass zu wen videos gerade auf dem neuen kanal auch erscheinen ja und ich denke mal ähm für die leute die gerne girls mods spielen für die leute packe ich ähm die ip adresse von meinen server in die beschreibung also die auch gerne rollen spielen und die auch gerne adults in kauf nehmen für mehr unterlagen und dann wollte ich euch mal fragen was wollt ihr überhaupt als nächstes mein kanal sehen weil ich habe gerade überhaupt keinen plan was ich aufnehmen soll ich habe mir überlegen ob ich mal eine runde gta aufnehme oder irgendwie irgendetwas aufnehmen will also ich sollte eigentlich auf dem gearsmoder schon was aufnehmen aber na gut immer wenn ein event da war hatte ich nie das aufnahmeprogramm an soll ich mal wieder eine runde gta aufnehmen dann schreibt mir das mal ruhig in die beschreibung ja die werden zeige ich euch jetzt einfach mal meine stimmenbibliothek und dann sucht ihr einfach aus was ihr gerne sehen wollt und zwar hier habe ich ja hier nwake 1x3 da ich irgendwie nie so auf spiele bussimulator habe ich ja auch company of heroes und so weiter und so fort ja gears mod gta und so weiter das hier funktioniert dann nicht keine ahnung woran es liegt äh half life dinge habe ich lego staros und so weiter voice of nations habe ich auch dann diese beiden hier ja und ihr könnt meinetwegen in die beschreibung also in den chat natürlich schreiben was ihr gerne sehen wollt nächstes mal ich habe kein plan was ich rausbringen möchte gerade vielleicht nehme ich auch einfach für morgen wenn nochmal eine runde gta auf da habe ich für sonntag auch schon was ja ich denke mal das war's mit einem kurzen video wollt euch nur kurz was für bescheid sagen und so weiter ich wünsche euch noch einen wunderschönen sonntag ja bis zum nächsten mal ciao und Untertitelung des ZDF, 2020